Lieber Fick, ich aus der Steinzeit und wir aus dem Mittelalter, wir aus der neuen Zeit, wünschen dir alles Gute zur Pensionierung. Ein Tipp an den Familienvater Fick aus der Steinzeit. Kühlen ist nicht immer die Lösung. Ein Tipp aus dem Mittelalter an den Physiotherapeuten Vick. Folter ist nicht immer die Lösung. Ein Tipp an den Unternehmertipp aus der neuen Zeit, aus dem Unternehmer, wo du die Beine nicht rassieren musst. Vick, du bist unser Markus Riffen. Vick, du bist einabhängiger, ich könnte es nicht mehr wachsen. Wenn die Beine nicht die Welt sagen, rowend schieft das, wie du die Cutèmes wirst.